Ich grüße euch, Schädelknacker. Wolltet ihr euch schon immer mal Horden von Zombies entgegenstellen und sie mit einem Heimwerkerhammer verprügeln? Wenn ja, dann seid ihr hier richtig und dann bleibt dran und guckt zu. Das Intro lasse ich jetzt erstmal ein wenig unkommentiert. Man sieht ja mehr oder weniger um was es geht. Ich bin Snokes von den Mediengestörten und ihr seht jetzt mein Test zu Project Zomboid von der Pre-Alpha Tech Demo. Wir spielen gerade das Spiel Project Zomboid. Es ist ein Spiel, das noch in der Beta-Phase ist ein Indie-Game von einem recht jungen Entwickler-Team, von dem man jetzt auch schon seit einigen Monaten nichts mehr hört. Das Spiel selber ist wirklich sehr innovativ und auch mal was richtig Schönes und im Grunde ist es wirklich sehr nett. Ja, wie wir jetzt hier sehen, ist unsere Frau Kate Smith verletzt. Wir sind ihr Mann und wir müssen uns jetzt um sie kümmern und dafür rennen wir natürlich jetzt ganz normal durchs Haus. Finde ich gleich hier ein Kissen und eine Bettdecke bzw. Bettlaken und wir finden dann hier auch in den Schränken, in den Medizinschränken auch immer irgendwelche Pillen. Jetzt öffne ich gerade hier mal das Menü. Das ist eigentlich ganz gut, da kann man durchscrollen ganz normal. Ja, da haben wir jetzt gerade eben das Craft-Menü gesehen. Das erinnert ein bisschen an Minecraft. Ist aber noch nicht so umfangreich. Das Spiel befindet sich im Moment noch in der Beta oder ich würde sagen noch in der Alpha. Also teilweise ist es dann noch recht verpackt. Aber es ist bis jetzt sehr, sehr gut. Ja, jetzt habe ich mich gerade aus Versehen ausgezogen. Das ist auch noch so ein kleiner Bug. Aber nichts Tragisches, denn die Kleidung selber bringt einem jetzt auch nicht allzu viel. Das ist alles mehr Kosmetik. So, jetzt sagt unser Hauptcharakter hier, dass er einmal ganz kurz hier hinten im Schuppen nachgucken soll, damit das Haus hier ein bisschen gesichert werden kann. Jetzt gucke ich mich hier gerade mal so ein bisschen um. Ja, im Grunde ist es so, wir müssen unsere Frau beschützen, wir müssen das Haus beschützen, wir müssen für Essen sorgen, müssen uns eigentlich um alles kümmern. Und ja, man kommt eigentlich durch die ganze Stadt, man kann alles erkunden. Die Sachen, die rumliegen, werden größtenteils random generiert, sind aber halt immer nur in bestimmten Abteilen, also bestimmten Gegenden möglich. Also man könnte immer durch ein Haus rennen, das sind immer irgendwelche Sachen. Manchmal findet man auch eine Schrotflinte, manchmal einen Hammer. Man wird aber wohl selten bestimmte Sachen an merkwürdigen Orden finden. Kommt aber ganz drauf an. Im Wald findet man in den Hütten ganz viel Holz zum Beispiel. Ja. Ja, Zombies sind noch keine da. Das dauert alles ein bisschen. Ähm, desto länger das hier alles dauert, desto mehr Zombies kommen. Ich sichere das jetzt hier gerade mal so ein bisschen ab. Ich habe dann aber eigentlich mehr oder weniger verpasst, dass man eigentlich dann die Tür mit 3 sichern soll, damit das dann auch weitergeht. Aber das ist soweit in Ordnung. Ja, Steuerung ist ganz normal. W, A, S, D. Und dann mit der Maus. Wenn man auf S, D, R, G drückt, kann man dann den Hammer auswählen und dann auch zuhauen in die jeweilige Richtung, die man guckt. Das haben sie ganz gut gelöst. Da muss man natürlich dann schauen. Ja, Questmanager ist auch da. Es gibt dann auch mehrere Modi. Wir spielen jetzt hier gerade eine Kampagne sozusagen. Da geht es eigentlich, ja, nur darum, sich um die Frau zu kümmern und so weiter. Mehr ist das dann auch nicht. Ja, während ich das jetzt hier alles sicher, werde ich mal ganz kurz weiterspringen und wir sehen uns, nee, wir hören uns gleich wieder. Ja, ich renne jetzt hier gerade in ein Nachbarhaus rein und schaue mal, was es hier so gibt. Nachbarn scheint nicht mehr da zu sein. Deswegen, joa, denke ich mal, kann ich mir mal ein paar Sachen nehmen. Ähm, ja, in den Küchen liegen auch meistens schöne, äh, Fressalien und größtenteils auch Nägel, Waffen, sonstige Haushaltsgegenstände. Gut, Waffen gehören nicht mal dazu, aber so ein Baseballschläger ist manchmal schon im Küchenschrank. Ja, ähm, und damit kann ich dann halt größtenteils, äh, Sachen kochen oder halt die auch halt verzehren, damit ich länger am Leben bleibe. Ist halt ein knallertes Survival-Game. Ja, ich habe jetzt hier mal so einen kleinen Auflauf, äh, in den Topf gepackt, warm gemacht und in den Ofen, aus dem Ofen geholt und, ja, das, äh, stärkt mich so gut wie es geht. Ähm, besser als eine Chipstüte und, ja, äh, möglich ist es noch nicht, die Frau zu füttern, merkwürdigerweise, aber gut, die hatte ich auch noch ein gebrochenes Bein, die musste ich essen. Nach einer kleinen Stärkung habe ich mich dann doch entschieden, ähm, da es lange im Dunkel wird, äh, mich hinzulegen. Das regeneriert mich zum größten Teil und, äh, ja, sorgt dafür, dass die Zeit schneller vergeht. Ja, plötzlich in der Nacht werden wir geweckt, denn ein merkwürdiger Mensch steht mitten in unserem Türrahmen, ähm, ja, und bedroht uns. Ich greife kurz nachher zur Baseball-Keule und haue dem Typen den Kopf weg. Schöne ist, äh, ja, ich habe die Familie gerettet und er hinterlässt eine Shotgun. Das war so gar nicht mal so schlecht. Die nächsten Eindrücke lasse ich jetzt einfach mal so unkommentiert und wünsche euch noch viel Spaß beim Zuschauen. Ich verabschiede mich mit diesem Test hier und komme dann nochmal zum Fazit zurück. Die nächsten Eindrücke war ich Nähe. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017